Aktien, ETFs und Kryptos in einer einzigen App tracken, mit dieser App gar kein Problem. Alle deine Investments in nur eine App verwalten, hier zum Beispiel mein Hauptdepot und hier mein Dividendendepot. Dazu natürlich eine Einzelauflistung aller deiner Positionen, der Depots inklusive natürlich der jeweiligen Performance. Aber natürlich auch die Gesamtperformance kannst du dir anschauen und natürlich auch, was so an Dividenden im nächsten Jahr zu erwarten ist. Der Name der App ist natürlich GetQuinn und natürlich findet ihr einen Link in meinem Profil.